Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Road to Dark Matter. Heute dreht sich alles um die Schrotflinten und ich brauche für die Argus einfach nur noch ganz knackig die Tarnung, wo man 5 Abschüsse ohne zu sterben braucht, also 5 mal 5 Abschüsse ohne zu sterben und 1 mal 5 brauche ich noch. Und wir wollen gar nicht lange fackeln, sondern einfach ins Spiel reinjoinen. So, da sind wir bei einer knackigen Runde Geleitschutz und wir müssen wie gesagt 5 Leute töten ohne selber in der Zwischenzeit zu sterben. Na, schade, da war schon der Erste, aber wir wurden dann leider vom Luke Cockwalker getötet. Das kann einfach mal passieren, da macht man auch nicht viel gegen. Und wir haben Gott sei Dank wieder einen im Team, der die ganze Zeit mit seiner Vespa rumläuft und rumsprayt. Das ist mein persönlicher, persönlicher Favorite. Verstehe ich auch nicht. Die rennen und machen Kills, anstatt ihren Roboter mal irgendwie hier zu geleiten. Da ist der Cockwalker, da ist der andere und schaffen wir es weg? Ja, wir haben es weggeschafft, das ist schon mal was Gutes. Das heißt, wir haben schon mal zwei Kills sicher. Da müssen wir jetzt aufpassen, da ist einer. Ja, wo ist er denn? Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Okay, das war Nummer 3. Da unten läuft die Nummer 4. Ja, nein, hier oben. Na, er schießt da auf jeden Fall. Oh, das nenne ich mal einen präzisen Schuss mit einer Schrotflinte, Leute. Nice. Und jetzt müssen wir nur noch einen einzigen machen und dafür bleibe ich mal hier oben. Entschuldigt bitte, dass ich erkältet bin. Das ist aber einfach zur Weihnachtszeit immer eine schwierige Sache, nicht erkältet zu sein. Okay, da werden wir jetzt gestorben, aber wir haben die Runde verloren. Egal, wir warten bis auf die nächste Runde und machen dann nur noch einen einzigen Kill. Und das sollte ja wirklich nicht so schwer sein. Und ich muss sagen, die Schrotflinten waren so auf der Road to Dark Meta Tour so das Schwierigste bis jetzt. Ich habe mit den MGs schon angefangen und auch mit den Secondaries. Und das ist alles einfacher als die Schrotflinten. Das möchte man eigentlich gar nicht denken. Gerade mit der Bretschi habe ich stundenlang, da habe ich teilweise Tränen in den Augen gehabt. Weil das einfach so unfassbar schwer war und unfair teilweise auch einfach. Also es hat sich teilweise unfair angefühlt. Weil das Ding einfach, ich weiß nicht, da hat sich einer gedacht, oh, das war es. Das war so super dumm von mir. Ja, weil sich da irgendeiner bei Treyarch gedacht hat, wir machen einfach 50, 100 Headshots muss man damit schaffen. Und ich denke mir, Headshots mit einer Schrotflinte, was? Und genau so läuft es dann auch. Also das ist unfassbar schwer, damit einen Headshots zu machen. Einen Headshots. Und dementsprechend lange hat das dann auch gedauert. Aber da haben wir auch schon wieder drei. Ist das die vier? Nein, okay, wir machen lieber keine Faxen. Wir machen einen ganz ruhigen. Okay, wir haben, unser Aim ist auf jeden Fall on point. Okay, Leute, einen Kill noch. Das sollte drin sein. Vielleicht kommt hier einer hoch. Oh, ja, es kommt einer hoch. Ich, oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie schlecht ich bin? Ich treffe mit den Dingern einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es einfach nicht. Und da haben wir jetzt die Goldtarnung. Und dann müsst ihr jetzt auch die Diamanttarnung rein segeln. Wo bist du? Diamanto. Ich weiß gerade nicht, was mit mir los war, aber ich habe gerade in Game so, war ich so in Chaos und so unter Druck, dass ich gar nicht gesehen habe, dass wir die Diamanttarnung bekommen haben. Und habe gedacht, die sei irgendwie, ich hätte irgendeine Challenge vergessen bei irgendeiner Waffe und war schon wieder kurz vorm Heulen. Aber nein, wir haben sie. Ich habe es nur nicht ganz mitbekommen, dass sie da gerade reingeflattert ist. Aber wir sehen hier die Diamanttarnung. Und wir gehen jetzt einfach mal alle Schrotflinten durch, damit ich euch mal zeigen kann, wie die aussehen und damit ihr mal entscheiden könnt, welche am besten aussieht. So, hier haben wir jetzt die KRM. Die Waffe, mit der war es noch relativ einfach, weil man damit keine Headshots machen muss, sondern einfach nur so ein Schusstode. Und das ging in Hardcore relativ schnell. Da habe ich so 5, 6 Runden gespielt, dann hatte ich die Challenges. Und so sieht die Waffe aus. Finde ich ganz schön. Ich finde es auch schön, dass dieses Diamant gerade vorne an der Spitze so unter dieses Metallding geht. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Und dann gehen wir direkt rüber zur nächsten Waffe. Die nächste Waffe, die wir hier haben, ist die Brecci. Das ist mit Abstand die schlimmste Waffe, die es in diesem Spiel gibt. Ich weiß nicht, ich habe so lange damit gespielt, um diese blöden Headshots zu machen. Es hat einfach nicht funktionieren wollen. Wobei ich dann gegen Ende so einen richtig, richtig krassen Kniff rausbekommen habe, mit dem ich dann 25 Headshots bekommen habe. Das hatte ich aber erst mit der Haymaker. Den werde ich in dem kommenden Video, wie man mit den Schrotflinten am besten Diamant bekommt, dann auch erklären. Aber die, finde ich, sieht so standardmäßig aus. Ich finde es ganz schön, dass man hier wieder diesen Misch hat zwischen roten und weißen Steinen. Aber ansonsten eine sehr schöne Waffe, wenn auch total kacke. Die nächste Waffe, die wir haben, die Haymaker. Oder wie sie immer so schön genannt wurde, wenn ich damit rumgespielt habe, Gaymaker. Weil ich habe keine einzige Runde gespielt, ohne dass mich irgendeiner zugeflammt hat, was ich denn für ein Arschloch sei. Weil ich diese Waffe spiele. Und auch Rechtfertigungen, dass ich die brauche, um Dark Matter zu bekommen, wurden ignoriert. Aber ich muss echt sagen, die sieht unfassbar geil aus mit dem Diamant. Weil das hier nicht so große Steine sind und grobe Steine, sondern sehr, sehr kleine Steine. Und das ergibt auch so ein Muster. Gerade hinten am Griff sieht man das. Hier, ich gehe mal mit der Maus drüber, hat man hier dieses Muster, diese Streifen in rot und weiß. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, die Waffe. Und mit der hatte ich dann diesen Kniff, richtig viele Headshots sauschnell zu machen. Deswegen hatte ich die auch am allerschnellsten auf Gold. Und zu guter Letzt die Argus. Die Waffe, mit der ich jetzt gerade gespielt habe. Auch eine Waffe, die nicht Headshots brauchte, sondern diese Volltreffer. Also diese tödliche Präzisionsmedaillen, wo man einen Gegner mit einem Schuss töten musste. Das habe ich ebenfalls in Hardcore gemacht, genau, nicht in Herrschaft. Und da muss ich sagen, die Waffe gefällt mir am allerbesten, weil die eine richtig schöne Kombination aus diesen goldenen und roten Steinen hat. Also dieses Gold, Rot und weiße Steine. Dann hat die vorne dieses etwas andere Diamant-Goldmuster hier am Lauf, was sehr schön aussieht. Und das Ganze passt aber auch richtig gut zu diesem Holzlook. Also meines Erachtens die schönste von allen. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welche ihr von den Waffen am schönsten findet. Das würde mich echt mal interessieren. Und dann gibt es jetzt nur noch drei weitere Folgen. Einmal für die MGs, für die Secondaries und dann noch eine Folge, wo ich euch die ganzen Dark-Matter-Sachen dann zeige. Also gibt es was, wo ihr euch drauf freuen könnt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Das freut mich wie immer sehr. Und ich finde, man könnte mal die 150 oder 200 Likes knacken. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.